So Leute, herzlich willkommen. Ich bin Tobi und ihr habt es gerade schon im Intro gehört. Lachsfilet mit Salbeikartoffeln. Das wird heute mal wieder ein Gericht, was ich persönlich auch wieder mega, mega lecker finde. Lachs generell. Wir machen das heute wirklich schön im Ofen. Langsam durchgaren lassen bei 180 Grad und dann kriegt er wirklich eine sehr weiche Konsistenz. Es ist nicht trocken, sondern es ist wirklich immer noch schön so einen leichten rosa Kern drin. Und dazu Kartoffeln mit Salbe. Die Kombination Salbe und Kartoffeln persönlich sehr, sehr gut. Probiert das mal aus. Ihr werdet erstaunt sein, wie gut das Ganze schmecken kann. Plus, dass das Ganze heute eigentlich mega, mega simpel ist und mega schnell geht und eigentlich so nebenbei läuft. Ja, los geht's. Wir fangen an. Als erstes brauchen wir, das habe ich hier schon mal bereitgelegt, unser Lachsfilet und in dem Fall ein Blech. Dann nehmt ihr den Lachs und legt den einfach hier rauf. Ein bisschen Pfeffer rauf. Wirklich gut bedecken. Das Ganze, zack. Könnt ihr auch aus der Mühle nehmen. Auch kein Problem. Jetzt haben wir hier eine Zitrone. Scheiben diesmal runterschneiden. Ruhig ein bisschen dicker. Legen wir das Ganze hier noch rauf. Ich habe hier noch eine halbe Zwiebel. Zwiebel. Genau das gleiche. Zwiebel ist immer guter Geschmacksträger. Die garen im Ofen in dem Fall mit. Und die können wir dann nachher einfach so ein bisschen... Jetzt habe ich hier halbe Ringe. Ihr könnt natürlich auch Ringe nehmen. Das ist auch kein Problem. Ja. Einfach so ein bisschen drumrum noch rauf. Also ihr seht, auch wieder mega einfach. Das war's auch schon. Und jetzt schieben wir das Ganze schon mal in den Ofen rein. 180 Grad. Und ich zeige euch dann später, wenn ich den raushole, woran ihr erkennt, dass er wirklich schon fertig ist. So. Dann nehmen wir uns in dem Fall die Kartoffeln. Ich habe hier jetzt die sogenannten Drillinge genommen. Die sind von der Größe relativ klein. Und wir machen das so, dass wir die einmal halbieren. Und dann gehen wir nochmal durch und vierteln das Ganze. Zack. Auch wieder halbieren. Vierteln. Das finde ich bei den Drillingen wirklich ganz gut. Die sind alle, haben so eine Einheitsgröße. Und das hatte ich ja auch schon in anderen Videos gesagt. Ihr müsst halt gucken. Je nachdem, wenn ihr natürlich das Lebensmittel halt kleiner schneidet, ist der Garvorgang natürlich auch immer viel schneller. Und weil wir lassen die Kartoffeln rohen. Also ihr könnt das halt auch machen, wenn ihr die... Wir braten die gleich an. Ihr könnt das auch so machen, dass ihr sie vorgart. Dann dauert das Braten natürlich nicht so lange. Aber wir wollen das ja hier einfach und simpel gestalten, dass man nicht viel vorbereiten muss. Oder, oder, oder. Dann dazu, wie fast bei jedem Gericht, ein bisschen Knoblauch einfach grob schälen. Auch wenn ein bisschen Schale mit dabei ist, dann wird das spätestens beim Anbraten, könnt ihr das dann auch locker verzehren. Das ist kein Problem. Einfach mit rein. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Herd. Olivenöl. Ein bisschen Butter noch mit rein. Ja, da seht ihr schon. Ja, schön angebraten. Also ab und zu auch mal umrühren, dass es halt nicht zu schwarz wird und wirklich gleichmäßig gart. Und dann zwischendurch Deckel wieder rauf und ruhig mal kurz ruhen lassen das Ganze. So Leute, jetzt die Kartoffeln sind fertig. Der Lachs ist auch in wenigen Minuten fertig. Jetzt zeige ich euch mal noch den Clou, wie das Ganze wirklich so einen wirklich speziellen Geschmack bekommt. Und zwar, so sehen die dann aus. Wirklich tolle Farbe auch. Und wie gesagt, auch gerade mit der Butter. Kriegst du wirklich so eine nussige Note. Bisschen Salz noch rüber. Jetzt kommen wir zum Salbei. Zupft ihr in dem Fall wirklich einfach ein paar Blätter ab. Der ist sehr, sehr intensiv. Und den schneiden wir ganz fein. Dann nehmt ihr das Ganze, knüllt das wieder einfach so ein bisschen zusammen. So, und jetzt schneidet ihr in dem Fall ganz fein das Ganze runter, weil so kommt das Aroma auch noch am besten raus. Und dann ist ja noch alles heiß. Zack, einfach hier rüber geben. Guckt halt wirklich, dass ihr den Salbei zum Schluss halt dazu gebt. Damit der dann auch nicht, weil würdet ihr es am Anfang machen, würde der einfach verbrennen. Und das wollen wir natürlich nicht, weil es soll ja in dem Fall wirklich noch das volle Aroma da sein. Dann kümmern wir uns jetzt um den Lachs. So, und woran sieht man jetzt, dass in dem Fall der Lachs fertig ist? Ihr seht, da kommt in dem Fall langsam das Eiweiß hier raus. Das stockt. Und dementsprechend ist das der Indikator dafür, wenn das rauskommt, dass der Lachs fertig ist. So, hier machen wir ein bisschen mehr drauf. Das ist mein Teller. Nehmen wir jetzt in dem Fall den Lachs runter. So, lasst das ruhig alles so drauf. Das könnt ihr alles in dem Fall mitessen. Klar, Zitronenschale müsst ihr halt gucken. Zwiebeln auch jetzt durchgegart, kann man mitessen. Perfekt. So, und in dem Fall haben wir auch wieder ein Gericht, was ihr locker auch wieder zu Hause nachkochen könnt. Ähm, ja, mit einem etwas anderen Geschmack. Und es läuft alles nebenbei. Ja, also in der Zwischenzeit kann man sich um andere Sachen kümmern. Und dann habt ihr die, das riecht wirklich mega gut. Wie gesagt, Salbei in Kombination mit den Kartoffeln, dann den schönen Lachs mit den Zitronen rüber. Aber probiert das bitte mal aus. Sehr, sehr, sehr gut. Und ansonsten, wir sehen uns in den nächsten Videos. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und habt auch Lust bekommen, mal ein bisschen mehr in der Küche zu machen. Ein bisschen mehr zu kochen. Ähm, und einfach mal zu entdecken, was man so mit kleinen Sachen, ja, zaubern kann. Und dass das alles gar nicht so schwer ist. Wenn ich das schaffe, dann schafft ihr das auch. Bis ganz bald. Euer Tobi.